Hallo, heute geht's weiter mit Lektion 61 und wir haben den ganz wundervollen Leitgedanken Ich bin das Licht der Welt. Und ich bin mir sicher, dass du auch sofort an Jesus denken musst, der ja selber gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. So soll es Jesus gesagt haben. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und mit unserem Wissen, was wir jetzt über den Kurs angesammelt haben, wissen wir, was Jesus damit meinte. Ich glaube, unser Kardinalfehler war, dass wir alles, was Jesus gesagt hat oder gesagt haben soll, wir wissen es ja nicht genau, also wir können ja auch nur den Überlieferungen trauen, zu wortwörtlich genommen haben. Ich bin das Licht der Welt. Er hat ja nicht sich als Jesus gemeint, sondern seine wahre Natur. Das, was wir alle gemein haben, was uns alle verbindet, ist das Licht der Welt. Gottes Sohn, nicht nur er, sondern wir alle im Geist verbunden sind Gottes Sohn, ist das Licht der Welt. Und wer diesem Licht nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Ein anderes Wort für Finsternis ist Dunkelheit. Wir haben erst jetzt neulich gelernt, dass Dunkelheit genau das gleiche wie das Ego ist hier im Kurs. Also wird nicht mehr mit dem Ego wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, weil deine wahre Natur ist Leben. Er wird seiner Natürlichkeit, seiner wahren Natur zurückerstattet, lese ich daraus. Und was wir alles aus diesem Satz gemacht haben. Ich bin das Licht der Welt, das ist meine einzige Funktion. Aus diesem Grunde bin ich hier, steht in dieser Lektion. Und auch das ist so erstaunlich, wenn wir nur mit diesen drei Aussagen arbeiten. Ich bin das Licht der Welt, das ist meine einzige Funktion. Aus diesem Grunde bin ich hier. Oh, wie das Ego uns widersprechen würde. Ich habe mir ja so einen Spaß draus gemacht. Also ich teile das jetzt mal mit dir hier, dass ich oft genug bei LinkedIn Sachen über einen Kurs in Wundern poste. Und für alle, die nicht wissen, was LinkedIn ist. LinkedIn ist so eine Plattform, wo man sich als berufstätiger austauscht. Es ist so eine Art Business-Plattform. Da kannst du so ein Profil und einen Lebenslauf erstellen. Und dann hast du so eine Seite. Das ist so ein bisschen wie Facebook für Berufstätige, will ich jetzt mal sagen. Da haben auch Firmen, Unternehmen ihr Profil. Und du als Mitarbeiter von irgendeiner Firma oder Selbstständiger hast dein eigenes Profil und kannst dann interagieren mit anderen Berufstätigen. Und dann werden da ganz viele Dinge meistens übers Business ausgetauscht. Warum ich LinkedIn auch immer wieder mit deinen Kurs in Wundern Informationen versorge, ist unter anderem dieser Satz. Das ist meine einzige Funktion. Aus diesem Grunde bin ich hier. Für mich ist das, mit der Welt zu teilen, was unsere wahre Natur ist, mein wahrer Job. Mein Hashtag ist auch immer mein wahrer Job. Ganz ehrlich, ja klar, die meisten von uns haben einen Beruf. Aber unser Beruf ist nicht unsere einzige Funktion und wir sind auch nicht aus diesem Grunde hier. Und mit dieser Verwechslung spiele ich auf LinkedIn sehr gerne. Ich erlaube mir so ein bisschen Humor dort reinzubringen, aber ich weiß nicht, ob ich jeden erreiche. Dennoch amüsiert es mich immer wieder, weil ich so denke, mein wahrer Job ist, das Licht der Welt zu sein. Mein wahrer Job ist, mich an eine wahre Natur wieder zu erinnern, dadurch ein Segen für diese Welt zu sein und mich und andere damit zu erlösen. Das ist meine einzige Funktion. Mein wahrer Job. Und wenn ich Marketingmanager bin, schön für mich. Wenn ich Lehrerin bin, schön für mich. Wenn ich Ärztin bin, schön für mich. Wenn ich Sozialpädagoge bin, auch großartig für mich. Aber das ist nicht meine wahre Funktion. Meine wahre Funktion ist, das Licht der Welt zu sein. Das ist meine einzige Funktion hier auf der Erde. Deswegen bin ich hier. Wir lesen jetzt mal so ein bisschen gemeinsam, weil diese Lektion ist wirklich vollgepackt mit Schönheit. Wer ist das Licht der Welt außer dem Sohn Gottes? Also wir alle zusammen in unserem Geist verbunden sind der Sohn Gottes. Das ist lediglich eine Aussage der Wahrheit über dich selbst. Sie ist das Gegenteil einer Aussage, die auf Stolz, Arroganz oder Selbsttäuschung beruht. Das Ego würde natürlich widersprechen, aber dem ist so. Wenn ich meine wahre Natur anerkenne, erkenne ich ja nur an, was alle anderen in Wahrheit auch sind. Ich bin nicht besser oder schlechter, wenn ich sage, ich bin das Licht der Welt, sondern ich sage, ich bin in der Essenz mit allen, die hier auch sind, gleich. Es ist niemand besonders und gleichzeitig sind wir alle besonders. Also wird dieses Konzept von Besonderheit wieder ausgehebelt. Wir lesen noch ein Stück. Sie beschreibt nicht das Selbstbild, das du gemacht hast, ja, das das Ego für dich gemacht hat, Sie bezieht sich auf keines der Merkmale, mit denen du deine Götzen ausgestattet hast. Sie bezieht sich auf dich, so wie du von Gott erschaffen wurdest, so wie du von der Liebe erschaffen wurdest. Sie stellt einfach die Wahrheit fest. Ich bin das Licht der Welt, ist die einfache Wahrheit über mich. Und was ich alles getan habe, um die Wahrheit über mich zu erfahren, wo ich hingefahren bin, was ich für Gelder ausgegeben habe, wo ich gesucht habe, wie verzweifelt ich war, in welcher Beziehung ich das gesucht habe, in welchem Job, in welchen Dingen, die ich mir angeschafft habe, habe ich versucht zu verstehen, was die Wahrheit über mich ist. Und so einfach kann es sein. Ich bin das Licht der Welt. Das ist meine Wahrheit über mich. Und das anzuerkennen, das anzunehmen und sich dem dann gleichzeitig aber auch hinzugeben. Weil wenn ich sage, ich bin das Licht der Welt, heißt es, ich erkenne an, dass Gott mich führen muss, damit ich meiner Funktion nachkomme. Heißt es, ich trete zur Seite und bitte Gott, mich zu führen. Weil ich weiß, wenn ich die Macht, die in mir ist, aus einer anderen Sicht, aus einem anderen Bewusstsein führen lasse, oder denke, ich kann es selber tun, ich meiner Funktion nicht nachkomme. Mit der Anerkennung, dass ich das Licht der Welt bin, erkenne ich auch an, dass es immer dazu gehört, zur Seite zu treten und mich von dieser inneren Weisheit, von der Liebe selbst führen zu lassen. Für das Ego ist der heutige Leitgedanke der Inbegriff der Selbstverherrlichung. Aber das Ego versteht Demut nicht, da es sie mit Selbsterniedrigung verwechselt. Ja, für das Ego ist es grausam, darüber nachzudenken, diese Kontrolle abgeben zu müssen und zu sagen, ich vertraue einer höheren Instanz, ich vertraue Gott, dass er, dadurch, dass er alles weiß, dass er alles versteht, dass er allwissend und allsehend ist, es besser für mich weiß. Das ist für das Ego grausam. Das ist für das Ego, als würden wir uns zum Sklaven von Gott machen, darüber hinaus. Vergiss das Ego natürlich zu sagen, dass du die ganze Zeit schon sein Sklave warst. Das war ihm ja nur recht. Aber Gottes Sklave ist etwas wie so eine lästige Demut. Ach, Demut ist doch nur für irgendwelche schwachen Idioten was, sagt das Ego. Dabei ist wahre Demut, zu erkennen, wer du in Wahrheit bist und damit zu sagen, ich gebe diese Macht, die in mir ist, die Gott dort platziert hat, wieder in Gottes Hände, damit er mich führt, weil ich allein werde, nur damit versagen. Demut, wahre Demut, besteht darin, deine Rolle in der Erlösung zu akzeptieren und keine andere zu übernehmen. Wir wissen ja auch immer, so wie es im Großen ist, so ist es auch immer im Kleinen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir darauf achten würden, wie die Natur funktioniert oder wie unser Körper als Einheit funktioniert, wenn wir nicht dazwischen funken, gibt uns so viel Auskunft darüber, wie wir eigentlich natürlicherweise sein sollten. Dieses Demut besteht darin, deine Rolle in der Erlösung zu akzeptieren und keine andere zu übernehmen, ist wie ein Körper eigentlich einwandfrei funktioniert und ist auch wie die Natur funktioniert. Da kommt nicht irgendeine Widerrede normalerweise von der Natur, wenn eine höhere Macht sie lenkt und sagt, okay, da blüht jetzt eine Blume, da wächst jetzt ein Baum, dort wächst Gras oder dort gibt es jetzt Regen. Da stellt sich die Natur nicht quer und sagt, nee, ich habe keinen Bock, hier zu regnen, weil dieser Ort gefällt mir nicht. Gott, voll ätzend, kannst du mir nicht einen schönen Ort aussuchen? Das machen nur wir Menschen. Und auch eine Blume. Wenn die am Straßenrand ihren Platz hat, weil Gott es für richtig befunden hat, weil das Leben es für richtig so befunden hat, dann sagt die auch nicht, nee, ich habe keinen Bock, hier zu blühen und mein Bestes zu geben. Hier sieht mich ja keiner, außer bin ich hier mitten in der Kreuzung. Interessiert doch eh keinen, ob ich hier bin. Ich blühe nicht, ich bin beleidigt. Das sind nur wir Menschen mit unserem freien Willen. Das ist der Unterschied zwischen uns und der Natur. Wir haben einen freien Willen bekommen, der es für uns so aussehen lässt, als könnten wir entscheiden, welche Stimme in uns die Wahrheit erzählt. Unser freier Wille dient nur einem Zweck. Die einzige Freiheit, die wir je immer haben werden, ist zu sagen, wählen wir das Ego oder wählen wir unsere wahre Natur. Und wenn wir dem Ego zuhören, dann haben wir halt diese bescheuerten Stimmen in uns, die sagen, nee, ich bin beleidigt, dieser Job gefällt mir nicht, ich gebe nicht mein Bestes, ich gebe mein Bestes erst, wenn ich in einem besseren Job bin. Du und deine Aufgabe ist immer, das Licht zu sein, egal wo du bist. Und wie du dich überprüfen kannst, ob du woanders sein sollst, ist genau so, in dem du dich hinterfragst, bin ich gerade hier, stehe ich gerade mit diesen Menschen zusammen, fein, dann ist das genau der Job, in dem ich die einzige Funktion erfüllen darf, die ich hier auf dieser Erde habe, nämlich das Licht der Welt zu sein. Da, wo du bist, ist genau richtig. Fang dort an. Es ist keine Demut, darauf zu beharren, dass du nicht das Licht der Welt sein kannst, wenn es die Funktion ist, die Gott dir zugewiesen hat. Ja, das Ego hat nämlich immer diese zwei Macken. Entweder erniedrigt es uns und sagt, okay, du bist die einzige Ausnahme hier in diesem Kontext, weil alle anderen können gern das Licht der Welt sein, aber du bist so schlecht und dumm und klein und hässlich. Du kannst unmöglich das Licht der Welt sein. Oder es macht genau das Gegenteil, es hebt dich so unglaublich empor im Vergleich zu den anderen Menschen. Und Vergleiche sind immer vom Ego und sagt so, ja, natürlich bist du das Licht der Welt, niemand anders ist das Licht der Welt, du bist der Großartigste, aber kein Mensch sieht es außer dir. Die sind ja alle dumm, weil sie nicht sehen, wie toll und machtvoll und schön und klug du bist. Das Ego lebt in Extremen. Nur Arroganz würde behaupten, dass deine Funktion nicht für dich bestimmt sein kann und Arroganz ist immer vom Ego. Bäm, was für ein genialer Satz. Arroganz ist immer vom Ego. Immer. Es gibt keine Ausnahme. Ich bin das Licht der Welt. Das ist meine einzige Funktion. Aus diesem Grunde bin ich hier. Das ist meine Berufung. Vergiss, was wir alles unter Berufung abgespeichert haben. Genau das hier ist deine Berufung. Der Segen zu sein, der mit deiner wahren Natur kommt. Deine wahre Natur wieder in dir anzuerkennen und das Ego anhand der Vergebung abzulegen. Der heutige Gedanke geht weit über die unbedeutenden Ansichten hinaus, die das Ego darüber hat, was du bist und was dein Sinn und Zweck ist. Für dich als Bringer der Erlösung ist das offensichtlich notwendig. Das ist der erste einer Anzahl von gewaltigen Schritten, die wir in den nächsten Wochen unternehmen werden. Ich bin so gespannt und ich freue mich wirklich, mal sehen, wie es für dich ist, wenn du diese gewaltigen Schritte tust. Und der Satz, den ich für mich heute insbesondere mitnehme, ist der hier. Gott hat seinen Plan für die Erlösung seines Sohnes auf dich gebaut. Boah, ich habe so eine Gänsehaut. Gott sieht uns alle und er weiß genau, wo wir sein sollen, zu welchem Augenblick, um für die Erlösung der Welt dienlich zu sein. Und wir alle sind Teil dieses Planes, um die Welt zu erlösen. So wichtig sind wir alle. Keiner ist hier eine Ausnahme. Gott hat seinen Plan für die Erlösung seines Sohnes auf dich gebaut. Ich hoffe, dass wir alle mit dieser Idee im Hinterkopf, dass wir wichtig für Gottes Plan für die Erlösung seines Sohnes sind und dass wir das Licht der Welt sind, so wie Jesus es uns schon gesagt hat vor so langer Zeit und wir haben ihn einfach nicht kapiert. Ich hoffe, dass du diesen Leitgedanken heute mit dir in deinem Herzen trägst und dich immer wieder daran erinnerst, wenn irgendetwas droht, dich in Versuchung zu bringen, dass du dich immer wieder stoppst und sagst, ich bin das Licht der Welt. Gott hat seinen Plan für die Erlösung seines Sohnes auf mich gebaut, auf mich und auf alle anderen, die hier auch sind, aber auch auf mich. Wir alle haben den gleichen wahren Job. Ich gebe mit LinkedIn übrigens nicht auf. Ich bin da zwar nicht so fleißig, aber mein Hashtag dein wahrer Job existiert immer noch. Ich bin auf Mission, weil ich bin das Licht der Welt. Und ich hoffe, du auch. Ich habe einen ganz, ganz wundervollen Tag heute, einen ganz lichterfüllten ebenso. Wir hören morgen wieder voneinander. Seine Peri.